Ich bin Marco von smartphone7.de und wir stehen hier gerade bei CAT am Stand auf der IFA 2012 und wir wollen euch gerade mal das neue robuste Smartphone von CAT vorstellen, das B10. Blick einfach mal los und zeig uns, was das machen kann. Nach dem Waschgang sieht es ein bisschen eckig aus, aber man sieht, dass es auch funktioniert. Sehr eindrucksvoll, kann bis zu 1,2 Tonnen aushalten, eine Fallhöhe von 10 Metern und eine Wasserfestigkeit bei einem Meter für bis zu 30 Minuten. Und man sieht, das funktioniert noch einwandfrei.